Herzlich Willkommen zu Fit at Home. Wir schließen an der letzten Serie so ein kleines bisschen an, denn unser Ziel ist es weiterhin den Schulter-Nacken-Bereich zu entlasten, zu mobilisieren. Wir werden heute etwas intensiver da an die Dehnung gehen, also gut für diejenigen, die durch das Schneeschippen Probleme im Schulter-Nackengürtel bekommen haben oder auch in den Händen. Und wir setzen auch noch eins drauf im Rumpfbereich. Erinnert euch vielleicht ganz kurz oder für diejenigen, die das letzte Mal nicht da waren. Dann im Rumpf. Rumpfstabilität bedeutet immer, dass ihr die Wirbelsäule in eine Position bringt, die ihr gerne haben wollt. Viele Übungen, die eigentlich den Rumpf stabilisieren wollen, zielen aber nur auf den Bauch- und Hüftbeugebereich ab und trainieren eine Verkürzung. Das hilft euch nicht, weil dadurch die Probleme im Rund- und Rückenbereich mehr werden. Wir versuchen genau das Gegenteil zu machen. Wir versuchen in die Aufrichtung hinein zu trainieren. Wir beginnen aber als erstes die Probleme im Schultergürtel etwas ins Auge zu fassen. Wir stehen wieder parallel, denn von einem guten Stand geht die restliche Statik unserer Wirbelsäule aus. Wir lassen die Arme schön locker, sinken einmal zusammen und rollen langsam vom Becken über die Lendenwirbelsäule auf, schieben wir den Hinterkopf zur Decke und das Kinn zum Kehlkopf. Noch einmal. Wir sinken zusammen, rollen auf, werden ganz sehr groß, kreisen locker mit den Schultern nach hinten und senken ab. Wir kreisen locker mit den Schultern nach hinten. Ihr wisst vielleicht noch von dem letzten Mal, dass wenn hier akute Probleme sind, versucht ihr locker viele Wiederholungen zu machen und auch gern über diese Zeit hinaus zu gehen, mit der wir bei euch hier trainieren. Also eine gute Mobilisation bei akuten Problemen im Schultern-Nacken-Bereich können ruhig mal 10, 15 Minuten andauern. Wir werden uns heute bei ca. 5 Minuten einjustieren. Das heißt also, wenn ihr jede Übung doppelt so lang macht, wie wir hier, seid ihr in etwa bei 10 Minuten. Wir senken die Schultern aktiv ab, locker nach hinten, aktiv absenken. Denkt dran, schön groß zu bleiben, den Hinterkopf dabei in Richtung Decke zu schieben und das Kinn leicht zum Kehlkopf. Ab jetzt arbeiten wir im Wechsel und beziehen das Schulterblatt gut mit ein. Wir bereiten also wie die Zone im Schulternackenbereich richtig schön vor, aber betonen das Absenken, trainieren also schon in eine ganz leichte Dehnung der Nackenmuskulatur. Weit nach unten mit den Schultern, weit nach unten mit den Schultern, weit nach unten mit den Schultern, weit nach unten, einmal noch auf jeder Seite und wir schenken die Schultern ganz weit ab. Wir stellen beide Hände an, der Oberkörper bleibt stabil, der Hinterkopf zur Decke geschoben und wir ziehen beide Schultern ganz wenig an und schieben die fest nach unten. Leicht nach oben, fest nach unten. Auch hier ist es eine sehr schöne Übung, die euch hilft, die Spannung aus dem Nackenbereich herauszuholen und dort für eine Entlastung oder eine Schmerzfreiheit zu sorgen. Zieht leicht an, schiebt fest nach unten. Zieht leicht an, schiebt fest nach unten. Noch zweimal, fest nach unten und das letzte Mal fest nach unten. Lasst die Schultern tief und lasst die Arme locker. Wir beugen die Arme und konzentrieren uns kurz auf die Hände. Wir schließen die Hände leicht und öffnen weit. Der gesamte Bewegungsablauf findet nur in den Händen statt. Die Schultern bleiben tief, also nicht hoch zu den Ohren ziehen, wenn ihr euch sehr konzentrieren müsst, sondern lasst wirklich die Schultern richtig schön tief. Wir schließen leicht und öffnen sehr. Schließen leicht und öffnen sehr. Leicht schließen, weit öffnen. Auch hier, wer Probleme in den Händen hat, kennt diese Übung vielleicht schon und ihr versucht immer weit zu öffnen. Vielleicht spürt ihr auch auf einer Seite viel mehr Spannung als auf der anderen. Wenn dies der Fall ist, versucht euch mal mehr auf diese Seite zu konzentrieren und wirklich die Beweglichkeit in den Gelenken der Hand wieder herzustellen. Einmal noch, wir schließen leicht, öffnen sehr, lassen die Arme locker und gehen nochmal auf die gesamte Wirbelsäule ein. Wir sinken leicht zusammen. Beginnen vom Becken her langsam aufzurollen, schieben den Hinterkopf zur Decke und senken die Schultern ab. Wir winkeln den linken Arm an, ziehen die linke Schulter nach unten und neigen den Kopf nach rechts. Das Ohr wandert zur rechten Schulter. Wir beginnen immer, wenn wir ausatmen, die Schulter etwas tiefer zu ziehen. Leicht nach oben lassen, aktiv nach unten. Leicht nach oben, aktiv nach unten. Leicht nach oben, aktiv nach unten. Einmal noch, leicht nach oben und wir ziehen aktiv nach unten. Halten kurz, lösen langsam auf und wechseln die Seite. Auch hier, der Kopf wandert mit dem Ohr weg von der Schulter, die wir nach unten ziehen und beginnen. Wir ziehen nach unten, lösen auf, ziehen nach unten, lösen auf. Ziehen nach unten, lösen auf, ziehen nach unten, lösen auf. Aktiv nach unten ziehen, noch einmal. Wir ziehen die Schultern aktiv nach unten, halten kurz und lassen locker. Mobilisieren ein wenig mit Schulterkreisen und sind im Rumpfbereich. Als erstes, wir setzen das rechte Bein weit nach hinten, schieben das rechte Hüftgelenk nach vorn und kommen kurz zum Ansatz der letzten Einheit. Nehmen beide Arme nach oben, ziehen die Arme weit nach hinten und versuchen das Hüftgelenk nach vorn zu schieben. Löst auf, wechselt die Seite und wir stellen wieder beide Beine nebeneinander. Der Abstand zwischen den Füßen kann ein bis zwei Handbreitabstand sein. Wir lassen die Arme locker und mobilisieren auch hier erst hinein, das ist aber schon eine leichte Kräftigung. Wir beginnen das Becken leicht nach hinten zu schieben und wieder weit nach vorn. Das Becken geht weit nach vorn, gestreckte Beine und wir lösen langsam wieder auf. Weit nach vorn und leicht nach hinten. Weit nach vorn, leicht nach hinten. Die Bewegung des Beckens nach hinten ist so, als ob ihr hinter euch einen Stuhl habt und euch auf diesen Stuhl absetzen möchtet, denn wir versuchen zu verhindern, dass die Knie nach vorn gehen. Ziel ist es immer, dass das Becken sich nach hinten neigt, ohne dass die Knie nach vorn wandern. Wir kommen wieder nach oben und kommen zu unserer Zielübung. Wir gehen mit dem Becken nach hinten, nehmen die Arme nach oben, stabilisieren kurz. Die Blickrichtung dabei ist vor uns so circa ein bis zwei Meter auf den Boden gerichtet, damit ist die Wirbelsäule in der Form, wie wir sie haben möchten. und wir beginnen mal kurz mit den Händen wechselseitig zu arbeiten. Wir stoppen, lösen auf. Jetzt kann es sein, dass diese Übung sehr schwer für euch war. Deswegen nehmen wir jetzt die leichte Variante erst mal, gehen mit den Händen seitlich, die Handflächen zeigen nach vorn, das Becken geht weit nach hinten, stabilisiert im Rumpf, die Wirbelsäule ist in ihrer guten Position, die Blickrichtung nach vorn auf den Boden und wir beginnen mit den Händen vor und zurück zu wackeln. Schnelle kurze Bewegungen, Stabilität im Rumpf, schnelle kurze Bewegungen. Wir stoppen, lösen auf. Die mittlere Stufe bedeutet, dass ihr die Arme angewinkelt in Seithalte nehmt. Wir probieren es. Wir gehen tief mit dem Becken nach hinten, Arme seitlich stabilisieren und beginnen schnelle kurze Bewegungen zu machen. Atmet gut durch, atmet gut durch, wir stoppen und lösen auf. So, jetzt habt ihr eure Variante gefunden, Arme hoch, das wäre die schwerste, in der Mitte wäre mittel, unten wäre leicht. Ihr wählt jetzt die Position, die für euch funktioniert. Auf geht's. Wir gehen mit dem Becken hinter, ich nehme die mittlere Position mit. Los geht's. Schnelle kurze Bewegungen. Ihr arbeitet bitte mit den Armen weiter, stabilisiert im Becken und im Rumpf. Schnelle kurze Bewegungen. Atmet gut durch, atmet gut durch, atmet gut durch, wir stoppen, kommen nach oben. Becken leicht vorschieben, Knie gestreckt. Noch einmal. Tief, stabilisiert, schnelle kurze Bewegungen, gut durchatmen. Wir atmen durch, atmen, 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 stoppen, lösen auf. Und noch einmal. Kommt, wir gehen tief, Stabilität in den Rumpf, schnelle kurze Bewegungen, atmet gut durch, atmen, atmen, atmen und wir kommen nach oben. Nehmt die Hände hinter das Becken, zieht die Schultern nach hinten, schiebt das Becken nach vorn. Wenn ihr merkt, dass ein bestimmter Teil unserer heutigen Einheit sehr gut für euch war, baut ihn einfach ein Stück aus, widmet ihm noch fünf Minuten und damit habt ihr ein super individuelles Trainingsprogramm. Wir verabschieden uns hiermit. Bis bald.